Hallo, ich bin der Legendenkiller und ich sage euch heute, wie ihr die Gold-Trophäe in FIFA 14 bekommt, Legendenbildung. Für die Trophäe müsst ihr ein Skillspiel auf Legende schaffen, ich habe mir hier für das Torwart-Skillspiel ausgesucht, weil ich finde, das ist eines der einfachsten. Und ja, also wie ihr sehen könnt, bei Bronze ist normal 1 gegen 1 gegen Torwart, ihr seid der Torwart und ihr müsst versuchen, die Bälle von dem Schützen zu halten. Und die ersten paar Schüsse, wie man hier sehen kann, seht ihr noch den blauen Kreis, das heißt, ihr könnt schauen, wo der Gegner hinschießt und ich glaube, das ist der letzte Schuss, wo man das noch sehen kann. Die letzten drei müsst ihr dann selber halten, auf Vermutung, aber man braucht glaube ich 3000 Punkte nur, um das zu schaffen auf Bronze. Und ich habe hier jetzt schon 20.000 Punkte, das heißt, wenn ihr die blauen alle haltet, dann habt ihr es automatisch schon geschafft und könnt somit schon die nächste Skillübung machen und zwar die silberne. Aber hier lasse ich mal noch zu Ende laufen, ich habe bis jetzt alle Bälle gehalten und werde ich den letzten auch noch halten? Nein, leider nicht. Ich schreibe mich auch, wieso das eigentlich auf Zeit liefert, dass es eher nach Versuchen gibt und ja, direkt erster an meiner Liste geworden. Ja, bei Silber müsst ihr, wie ihr hier sehen könnt, hinten diese Kisten umballern, ihr dürft aber nicht vorne diese Wagenrechten treffen, weil ihr sonst minus 500 Punkte kriegt und die haben sie mit Absicht vorne drauf getan, weil das könnte man sehr einfach abwerfen, die Kisten und ja, denn werfen ist ein bisschen zielgenauer als diesen Abschlag zu machen. Und ist auch nicht schlimm, wenn ihr ein paar Mal nicht trifft, ich treffe auch nicht immer, aber die ersten drei habe ich souverän getroffen und jetzt schon 4.200 Punkte bekommen. Es reicht aber auch, wenn ihr nur eine einzige Kiste trifft und trifft, trifft, ja genau, und dann verschwinden die auch schon und wenn ihr die alle getroffen habt, müsst ihr nur noch links und rechts diese Zielscheiben treffen. Wenn man die große Zielscheibe trifft, gibt es 1500 Punkte, hier habe ich nur das oberste getroffen übrigens und ja, das geht sofort weg, also die mittleren Kisten gehen weg. Und wobei schreiben, ah ja, die Zielscheiben, wenn ihr die oberste Ziel, ach, die größere Zielscheibe trifft, kriegt ihr 1500 Punkte und wenn ihr die kleinere trifft, nur 1000, keine Ahnung, wo die Logik dahinter ist, normalerweise ist es ja schwieriger, die kleinere Kiste zu treffen, ach, kleinere Zielscheibe zu treffen als die größere, aber naja, wie auch immer. Und als kleinen Tipp von mir noch, wenn ihr die rechte, auf die rechte Zielscheibe wirft, wie ihr gleich sehen werdet, so, könnt ihr erstmal ein bisschen so schräg laufen, dass die Kamera sich mitdreht, dann ist das Zielen einfacher und hier seht ihr, 150 Punkte, ach, 1500 Punkte und jetzt so ein bisschen umlaufen, dass die Kamera so, Kamera sich sich ändert und dann trifft man sofort und dann hat man auch das silberne Level schon geschafft. Ja, komm, Zeitbonus, bla 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 und wieder direkt erster in meiner Liste geworden. Jetzt müsst ihr versuchen, ähm, ja, als Torwart, die Gegner kommen immer von rechts, dann von der Mitte und dann von links auf euch zugelaufen und ihr müsst halt versuchen, die Bälle zu halten, ist auch nicht schlimm, wenn ihr, ja, wenn ihr nicht alle Bälle haltet. Also als Tipp der Rechte, wie hier in Yester, die versuchen immer, äh, in die Mitte zu ziehen und dann zu schießen. Jetzt ist es ein bisschen verbuggt gewesen, die Mitte ist einfach, ähm, anstatt der geschossen hat, einfach, äh, weggelaufen, äh, als ob ich gehalten hätte, da war es wieder verbuggt. Ja, die aus der Mitte versuchen immer direkt drauf zu ballern, also die kommen gerade aus Tor, äh, zugelaufen und die Leute von links, ähm, die versuchen auch immer in die Mitte zu ziehen. So, und jetzt kommen wir zu dem, äh, Legendenteil, wenn ihr das geschafft habt, dann, ähm, ja, dann habt ihr die Trophäe bekommen. Ihr braucht 20.000 Punkte, um, äh, um das zu bestehen und am Anfang könnt ihr noch versuchen, alle Bälle zu halten. Ich, äh, mach das immer mit L1, indem ich, äh, ja, mit L1 geht ihr halt in die richtige Position und mit X springe ich dann. Und ihr dürft nicht versuchen, alle Bälle zu halten. Am Anfang, äh, wie man hier sehen kann, klappt es noch, äh, einiger Maßnahme, wenn ihr nachher versucht, alle Bälle zu halten, dann, ähm, endet das im Chaos und ihr haltet gar keine Bälle mehr. Ihr müsst halt immer nur, äh, abschätzen, ob der jetzt auf euch zufliegt oder hier weit nach rechts fliegt und, ähm, man muss das halt paar Mal machen, damit man ungefähr weiß, ob man den Ball jetzt, äh, versuchen soll zu halten oder nicht. Weil, ihr könnt ja bei mir sehen, ich lasse viele Bälle rein, aber, äh, ich bekomme es trotzdem bei dem Versuch hier. Und, ja, man darf halt nicht versuchen, alle Bälle zu halten. Das Dumme ist nur, wenn ihr, äh, L1 zu lange haltet, dann versucht ihr auch von alleine zu springen und das fuckt manchmal ein bisschen ab. Aber trotzdem wird, ist es, finde ich es besser mit L1, äh, dass er dann automatisch in die, sich richtig hinstellt, anstatt, äh, mit dem linken Analogsteak, ähm, immer hin und her. Ja, zu laufen. Und hier habe ich die Punkte schon erreicht, ich habe schon über 20.000, die letzten Bälle alle pariert. Und, ja, dann, bleib, habe ich hier gedacht, das ist meine Playstation reingeblieben, aber nein, es hat nur so lange geladen, weil jetzt die Trophäe erscheint. Und da ist die Trophäe auch. Und so bekommt ihr die Trophäe, ist sogar eine Gold-Trophäe, wie ich finde, relativ einfach. Ich finde allgemein, die FIFA-Trophäen sind relativ einfach dieses Jahr. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, haut rein!